Willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Let's Play, der Dennis Junkins, ich habe hier nicht richtig aussprochen, der besitzt das Feld Nummer 11, der bietet mir an für dreieinhalb 1000 Euro hier für 7 Minuten und 19 Sekunden hier sein Feld zu begüllen, dafür stellt er mir hier einen New Holland T7 und natürlich hier ein Premium Integral 2, wie das heißt. Ich nehme natürlich sein Angebot an und schauen wir mal was da ist, ob ich es schaffe in der entsprechenden Zeit das alles zu erledigen, weil die letzte Mission, die ist mit mir leider, habe ich leider versammelt. Mal schauen, ja, ja, heute habe ich mein Lenkrad ja im Betrieb mal wieder, ich weiß nicht, irgendwas was in den Logitech da los ist, ich verstehe das nicht so ganz. Einmal geht mein Lenkrad so leicht, dann geht es wieder so schwer, ist ein älteres Modell, ich habe das Dreiwegeforce, aber egal, manchmal sind doch die älteren Sachen doch besser als die neuen, jetzt klappen wir jetzt mal das Gerät aus, die Stauden bleiben natürlich noch stehen, jetzt schauen wir ein bisschen fast durch, typisch. Tun wir mal das GPS aktivieren, dann stellen wir hier uns das GPS jetzt noch richtig ein, natürlich. So, jetzt schieben wir das alles mal rüber. Also brauchen wir nicht zu lange Zeit, ich brauche eher mehr Zeit hier um das GPS einzustellen, als natürlich für die Arbeit. So, jetzt schalten wir gleich mal die Begüllung ein, die Begüllung, jetzt läuft das dünn. Ich bin hier auch froh, wenn das gemacht ist, wenn ich ein paar Euro dazu verdiene. Ja, irgendwann leuchtet jetzt wieder mal das Radio ein, aber ich verstehe das so und so nicht so. Dann müssen wir mal schauen, dass ich irgendwas mal deaktiviere. Das Radio kann ich leider nicht verwenden, wenn ich aufnehme oder was, dann lasse ich es mal gleich deaktiviert. Da ist es besser so. Ja, ein Viertel von der Mission haben wir schon erledigt. Wir sind ja hier über die Schafe. Ein Knäuel von den Paletten ist schon da. Nix, wenn ich Tiere mal hole, werde ich auch ein Video machen, dann werde ich aber sie selber holen und nicht die bringen lassen. Ich weiß nicht genau, werde ich jetzt Schweine mir holen oder soll ich mir Kühe holen? Naja, wie könnt ihr mir in die Kommentare mal schreiben, was ich mir als nächstes an Tiere besorgen sollte? Das würde mich auch interessieren. Soll ich jetzt Tiere oder soll ich mehr? oder soll ich mir also für die Tiere die Schweine holen oder soll ich mir doch doch die Kühe holen? Toll, jetzt habe ich mir alles abgehängt für lauter Quatschen. Es leuchtet jetzt auf und hängt nicht an. Was wollen wir dann? So, interessant. Hier sehen wir ja eine Halbsammel der Missionen, ich habe nur 3 Minuten Zeit. Was ist denn da los? Klappen und was geht aus wieder. Das schaffe ich vielleicht doch, hoffentlich kriege ich noch den Bonus, weil das Bonus, den kann ich ja brauchen, weil ich will ja dann doch ein paar Tiere kaufen. Ach, hey, sowas aber auch. Aber da wäre ich ja nicht ich. Ach, da hat mir jemand geschrieben auf Facebook. Mal schauen. Der hat mir ja gesagt wegen ein Video zu machen. Huch, das geht ja los. Ja, ich schaue gleich nach. Sobald hier die Mission beendet ist, ja jetzt haben wir 50% erledigt von der Mission. Und wegen Musikvorschlag oder was, hier könnt ihr mir reinschreiben, aber ich darf leider nur GEMA-freie Musik nehmen, sonst wäre das gesperrt wegen Urheberrechte. Gibt es immer so viel zu beachten, wenn man mal YouTube-Videos macht. Viele wissen gar nicht, was das eigentlich eine Arbeit ist, aber ihr macht das gerne, weil es ist mein Hobby. Naja, 45% haben wir geschafft. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen zurückschieben. Hat schon einen guten Spruch drauf, obwohl es ein Original ist, kein Mod. Oh, dann klappen wir hier das Gerät wieder aus. Ui, das leuchtet schon rot, Leute. Eine halbe Minute noch, ich bin... Ja, ich habe ein bisschen eilig gehabt mit dem Ausklappen. Die Mission... Guck mal, die gerade so schaffen ist eine andere Sache. Heftig, heftig. Das ist ja haarscharf, wenn ich das nicht versammelt hätte. Mit den Anhängen davor, dass ich das nicht alles abgehängt habe. Oh, die Mission haben wir geschafft. Ach, ihr habt noch einen Zeitbonus bekommen. Gute Arbeit! Gott sei Dank, dass du das nicht gesehen hast, dass ich das Gerät alles abgehängt habe. Ich bedanke mich trotzdem für deinen Zeitbonus für 328 Euro. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du natürlich wieder rein. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz. Tag ein Buch oder sagst du Dich! Tag ein Buch. Gut, gut, gut für euch! Ciao, und chiar.